Das ist das Programm, der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich bin in den Namen von Jesus Christus. Der Friede Gottes mit uns und uns lehrt, wenn ihr singen habt und ihr hört habt. Wir wollen uns von der Innere an, dort lade ich gerade auf. Wenn wir uns in der Bibel im Oben haben, nach Markus Kapitel 6 stehen, alle vier Evangelien beschrieben, die Auferstehung. Wir wollen uns von Markus Kapitel 6 stehen und in der Haule in so verschiedene Schriftstädten inkommen. Wenn wir diesen Tags lesen, dann sagt es uns das, Markus Kapitel 6 stehen, ein der ich saß. Aus der Sabbat an Ewa wir kauften Maria von Magdala und Jakobus seine Mutter Maria in Salome scheinbar in der Eil, den Tod in End zu selben. Und am ersten Tag in der Wege, tidig zu morgens, als die Sonne abging, gingen sie in den Graf. Und sie fragen sich wieder an, wer an den Stein von dem Graf der Wacherellen wird. Und als sie abgeschickt, sagen sie, dass die Stein so groß wie wir, als Wacherellt wird. Und als sie im Grafen entschickten, sagen sie, und der Rechte sieht einen jungen Mann in Wetterkleidersäten, dort sie auf einem Dach einen grünen Schrag. Die du seht an, sie sollen sich nicht fürchten, die sägen nur Jesus von Nazareth, der getriegt sich dort. Er ist abgestohlen, er ist nicht hier. Schickt, dort ist der Städte, wo sie am Handlein deiden. Über Gott in Sach, seine Jünger, in Petrus, hei wort Ferien nur Galilea gingen, du wo er je am Seinen, so aus hei jen seht. Hören wir uns heute nicht im Gebet wiedergucken. Vor den Himmel, wir danke dir für diesen Tag, wir danke dir für den Wut, wir danke dir für die Kraft, die Bärnacht. Wir beten um deinen Jesus, was in unserem Erdreht geht, möchte er uns von deinen Läden führen, und dass wir können, Herr Jesus, deine Auferstehung, deine Verstehung ist, wovon wir gehen, Lothar. In Jesu Namen, Amen. Als wir diesen Tag beobachtet haben, von Freitag an, wir fangen uns an, dass ich ein kleines Bild weise, dass die Kreuzung nichts, was nie gewusst wird, wie Jesus abehrt wird. Dann sahen wir, Frieda Samarians, dass von diesem Jahr, vor Christus, wie das alle prophezeit wurden, dass Jesus am Kreuz sterben wird. So, dass wir auch nichts, was nie, nur was Gott geplant hat. Die Menschen, in der Zeit, als Jesus abehrt wird, die haben wir schon gewusst, dass das alles passieren wird. Und es wäre nicht so ein Fehler, was damit bekannt wäre. Die Menschen werden noch, was bitte gewöhnt, als das alles passieren wird. So sind wir, wie es auch in der Bibel geprophezt wird, und dann, Menschen haben die kleine Rede von der Auferstehung, lange Jesus abstehen wird. Dann wird es auch passiert, in der Olden Testament, dass Menschen abstehen wird. Nun, was ich verstehe, wie das Wort, all die Menschen, die vor Jesus abstehen, die die Propheten abwecken, die Jesus abwecken, die sind alle frisch gestorben. Die stunden nicht ab, die haben für einen einig lebens. Die kriege nicht in verhehrlichen Charpa. Die stunden ab, und heute war er den sinnlichen, fleischlichen Charpa. Du wirst ein frisch gestorben. Aber Jesus wird die erste, wo er abstehen, dem in verhehrlichen Charpa lewe, in Verweich gönnen. Von dem, weil wir uns ein Erholung beten, was Lukas uns beschrieben hat, und wir sagen hier dort, die Jünger zwei Frühe ist nun im Graf, die die Samarien. Die wäre, weil Jesus tobt, was. Wahrscheinlich, das wäre die Frühe, das war ganz am Ehen, dass Jesus gekriegt ist. Um den Frieden, als Jesus gekriegt ist, wäre diese Frühe es durch. Nun, wenn wir die Tags alle toben nehmen, von all die Feierabhängelien, dann haben wir uns dort untergestohen, dass diese Frühe, die wäre mit Jesus, bei dem im Graf, eingedrückt wird. Für diese Frühe ist wisst du gerade, wo Jesus liegt. Diese Frühe ist, wie du mit Jesus gewaust. Und Jesus hat meines Mal gesagt, ich würde abstohen, und wir würden die Leute noch nicht kommen. Wir haben das nicht, das hat er bloß nicht begrepen, hat er bloß nicht geglaubt. Nun waren sie nun im Graf gönnen, die die Samarien, und sie sagten, ich wundere, wer uns überhaupt im Stein der Weich war. Aber es waren das alle nicht, angeketscht oder nicht, und ihr verständnis, wie wir nennen die Gönne dort, das Jesus wurde nicht sein, und sie kämen, und ihr Held hat sich von dort, und als sie dichter gekommen, sie checkten sie ab, und dann sagten sie, ha, der Graf ist so, was geht hier an? Hattet ihr sie früher ist doch nicht begrepen? Hattet ihr euch nicht verstanden? Der Apostel, nach euch, der sagt, du bist ein Wunder, das war nicht, oder wollen wir sie wieder? Der hat alle abgegeben. Unsere Messias, was uns so viel gelehrt hat, und uns hat die Hälfte verstanden, und hat so viel Wunder an uns getan, ist es nicht weich. Wird ihr wirklich glauben, dass Jesus abstohen? Und trotzdem wird alle geprofetiert. Hier sagt es uns, und auch sie fragen sich, äh, die dritte Fasche, und sie fragen sich einander, wer wird den Stein von der, äh, Graf der Weihraal, wer an den, wer an den Stein von der Graf der Weihraal in wird? Interessante Frau wird sich an sie früher, nicht? Aber da, von der anderen sieht, deutet sie, er hat noch eine, sie ging drinnen im Graf, sie ging mit das Dier Eilen, und will den Kärper ansolben. Wenn wir wieder beobachten, wir sehen, dass Paulus schreibt, nur die zweite Korinther Kapitel, 4, Vers 14, wir weten, dass die, die den Herrn Jesus von dort abwieg, die wird uns auch mit Jesus Taub abweichen, und uns mit Dün Taub versehen und Träumen stahlen, und andere wird es präsentieren. Paulus aus, wie lange Luther schriebe, wie sagt, das wird passieren, wird. Wir wollen ein kleines es Testament, aber wo wir treten im Olden Testament gingen, wo die Menschen im Olden Testament an Verstehung gelegen hat. Hier sagt Paulus, hörst du mal her, wir weten, dass die, die dem Herrn Jesus von dort abwieg, die wird uns auch mit Jesus Taub abweichen. Er sagt, die Kröntger wird nicht Zweifel, die wird eine Verstehung geben, die wird nicht. Er sagt, hörst du mal her, die wird Jesus von dort abgewegt, das Gott, die wird uns auch, in Dün Taub von dort abweichen. Das ist eine Verstehung, Zweifel nicht. Dann sagt er uns mit Dün Taub versehen und Träumen stahlen, und andere werden sie repräsentieren. Alle werden Menschen vor Jesus stehen. Das wird von Dün Taub versehen. Als wir nicht bekehrt sind, oder Menschen nicht bekehrt sind, die glauben alle, dass Jesus abgestehen ist. Das ist nicht so. Wenn wir den Glauben von Christus stehen, die Jesus anstelle, die Altersdage reden, dass Jesus abgestehen ist. Die reden von dem ersten Po, die reden von, dass Jesus gestorven ist, die reden von Jesus, die reden von dem in Trü und Mautlose und Worte haben, was anhand haben. Aber so wenig gehen den Krieg vorbei. Wir können Predigen sagen, Menschen müssen sich betieren, Menschen müssen bleiben. Aber wenn wir nicht überzeugt sind, dass wir ein Tag stehen, und vergesst stehen, dann sind wir noch nie den Krieg vorbeige gehen. Dann sind wir noch mal ein bisschen mit an angekommen. Und so tun jeder Schein, wenn er kann, leder, prediger, gutmeinende Menschen, der halbe verstehen, dass sie Jesus erst abgestoßen werden, in aller Glaube nie mal überzeugt sein, dass sie ein Abweichen von Jesus stehen. Dass die größte Lehre, die Menschen anbüllen, ja, gleich an die Kriegung, gleich an die Auferstehung. Aber sie die nicht sagen, dass sie nicht um die anderen da. Da kannst du nicht weiter nicht. Hier das Pfarrst ist das erste Einige, was viel predigt. Aber das letzte Einige haben so wenig Menschen, die Überzeugung werden. Und er sagt, du hast eine Überzeugung, was in den Menschen ab der Eid waren oder immer am trü oder und das haben. Das letzte Pott von den Pfarrer sei, du wirst uns auch mit Jesus tot abwirkern und das letzte Pott sei, und uns mit dem Tod versiehenen Thron stahlen. lebe Torge, bis du überzeugt, dass wenn du gestorben bist, und du ein Tag was abstehen, dass du warst für Jesus stehen, wenn du nicht überzeugt bist, und du glaubst an Jesus die Verstehung, dass die alle von klein geliefert werden, wenn du nicht überzeugt bist, dass du warst für Jesus stehen, hast den Glauben noch ganz für Jesus. Bloß am Kreuz gleich wenn die Verstehung Menschen raten, die Menschen annehmen, und überzeugt sein, dass sie gut ist vorbei, und wenn sie abstehen, sie sind. Ich finde, dass viele Menschen prägen von den ersten Poet, aber sie sind sich never überzeugt, dass sie abstehen und bei Jesus sind. Und das ist die Überzeugung hier in diesem Tag schreft. Paul sagt, hörst du mal her, in mit Junt Tog vers seinen Thron stehlen. Paul sagt, hörst du mal her, wenn es eigentlich war, sagt Paul es ein anderer wird, und die verdient in der Kriter wird wahr sein, die wird auch abstohen, die wird auch ein Tag vor Jesus stehen. Aber wer sich nicht überzeugt, das wird nicht. Paul merkt, dass die klare, bloß die Kreuzung bleiben, die wahr wird, und nicht annehmen, halb nirsch. So this is what Paul is saying. Korach in Psalm 41 Vers 10 sagt, über Gott wird meine Seule in den großen Gewalt raten, und mich nicht selbst nehmen. Das wird Jesus abgestohen, wie ich habe sollen, wo ich abstohen. Dann sagt Asap in Psalm 73 Vers 24 Du musst mich mit deinen Ruh verstehen, und mich mit ihren annehmen. Was meint das? Wenn Asap sei, Gott wird am Herrn mit ihren annehmen, meint er, ein Tag wird abgestohen, und er wird vergeser stehen. Das ist wie das Testament. Das Gleib in dem Testament wird überzeugt, wie sie wird das nicht verstehen. Jesaja saß in Vers 9 und sage, über deine Verstorbene her waren leben, deine Doudos waren abgestohen, möchten die die ihr Das ist was Jesaja sagt, Prophyt. Er sagt, er ist überzeugt, dass die Menschen die wirklich geglaubt haben, die würden da abstohen, und mit Frieden die würden singen. Das ist, wenn wir schon da, wirklich da tritt geglaubt, was Jesus du ge do haben, und vorbeigehen dann. Wenn wir bis bei dem Krieg kommen, nicht vorbeigehen, anderen werden Jesus annehmen, und das Leben in Krell, dann können wir durch das Leben gehen, die Geschichte notwendig weiter, und am eigenen halber. Jesus will, dass wir vorbeigehen, so will, dass wir bis ankommen, wieder nicht. Und solche Menschen will vorbeigehen und Jesus annehmen, das ist überzeugt, was ein Tagsleser in hier Kapitel 19. Du fängst, wie ein Tagswort hier abseide. Lange Eier, Jesus abgestoßen, er sagt, es steht hier ab 19. 25. 27. Ich weiß, du lebst, der mir raten wird, und da wird, ab diese Eid, dort, und da wird, ab diese Eid, dort, Latte Wut zu sein haben. Und wenn meine Hüt erst verdorben ist, wo ich Gott sein und dort wird mit meinen Karp wird. Ich war arm mit meinen Jungen sein und er wird sich nicht frem sein und frem mich durch Söse er habe und verlangen noch. Das wir hier haben. In Machen Gottes. Wenn wir hier lesen, haben wir einen Abreicher in Eindach und Gott hat so er angere beteit und er verlor rein alles, was hat in seine Eindach wo er sagt und da wird mein Karp passiert. Ein Tag wo ich mich frem. Er wüsst all, wenn er sein Leben zu eingehen dann wird er mit Jesus sein. Er hat sehr cool. Das red alle von Menschen die überzeugt sind. Im Olden Testament wird überzeugt. Das ist die Hoffnung von Gott seinen Menschen von der Tid. Jesus seine Aufersteuung als hundert Mal erwähnt bloß im Niedentestament. Und dann wundern wir noch, ob er die war oder nicht? Wir wundern vielleicht nicht, ob er die war oder nicht, aber gleich wieder wörtlich in uns, wörtlich angenommen, oder red wieder bloß von und sehen so schön hell die auch haben, wenn Familien zu kommen, wo Familien fassen und reden von all den Dingen, was passiert sind. So wie ich überzeugt, dass ich in die das letzte Uhr mit piste, wenn die Kärper sich zurück leicht, wenn man die Verstehung käme. Die Frau kann eigentlich für die und würden, weil es für die selbst. Jesus will, dass die Dach kommt, dass du nicht überzeugt sind, wer wir sind in Christus. Dort sehen wir alle für uns. Dass wir nicht diese Geschichte besorgen, sondern die auch annehmen und Jesus in uns Leben haben. Dann sind die Versteuung von Jesus Christus. Matthäus Kapitel 28. In Lukas, wo wir lesen, wenn Matthäus Kapitel 28 sind wir noch einmal ein paar Bibelfahrer lesen. In der V. In der V. Die Engel seht die Frühst. Ich weiß, dass ihr den Jesus seht, den du getreten sich wart. Hier ist das was in der Mote stemmer das Engel. Ich lese das. Er kippt die Frühst. Aber die Engel seht die Frühst. Ich weiß, dass ihr seht, den Jesus ist abgestohen. So es sieht, kommt und schickt. Wo ihr lebt. Er sagt, kommt und schickt, es ist abgestohen. Das ist all I word. Hier ist das Lade drauf. Hier ist nicht ganz larig. Was ist die Kleider? Die lau do. Wenn es Jesus abgestohen, dann wird man die Herrlichkeit an getragen. Er braucht nicht mehr diese irdische Kleider. Die Bibel sagt uns, wir als wahr ebulde Menschen abgestohen, wir werden verheirrlich in körper kriegen, und sagt, wir werden mit der Herrlichkeit Gottes getragen. Ein antrag wird von Himmel kam. Paul ist überzeugt von in 2. Gründer Kapitel 5. Diese Stift City, das Zelt, wo wir wohnen, dort werden wir verlieren. Wir eingetragen worden, die von Himmel kam. To wem bleift Jesus in Kleider in Graf, wenn es dort wird, bleibt hier. Nicht wie er abgestohen, verheirrlich in Körper, die Herrlichkeit Gottes. So wird die Wann so gesehen, von da wird Jesus annehmen. So was interessant ist, dort China hat Jesus in Aufersteilung zu sein. Die Soldaten die ram werden, die beschrieben. wenn es der Engel riefen, was passiert, so lot er zu kommen, dann wird alle ein werden. Die Apostel werden die riefen, und riefen, die riefen, 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 die riefen, die riefen, die Engel im Stein weich errollt, die frühe singen, riefen, und die so den Engel riefen, die riefen, was Jesus seht, schau mal hier, groter Fred, Jesus seht ihn dort, schau mal hier, die kann nicht mal in die seht, die war, die seht, groter Fred, der ist abgestohlen, die lebt, der ist nicht dort. In Versfeuer sei wie eine Kraft, wo gottlose Menschen nicht gehen können. Über Christen jaff Gott die Kraft dem Ver die Herrlichkeit bestohlen, und die Christen können Frau sein in dieser Verstehung. Jesus ist abgestohlen, der ist die Kraft von den Vorher Gott. In der glatten Kapitel 1, Vers 1, der 2. von den Pfarrer sagt, Gott den Pfarrer, er von dort abwirk, hat das du an. Gott die Pfarrer. So Gott wirk Jesus ab. Johannes Kapitel 10, Vers 8, sagt ich habe die Kraft dort handelagen, und habe auch die Kraft dort wahrer zu nehmen. Jesus sieht das, er stirbt wieder. Er sagt, ich habe die Kraft mein Leben handelagen, und ich habe die Kraft wahrer zu nehmen. Jesus sieht, dass er an Schrieg hängt, Gott hat, für uns sind, er merkt, er hat, er kann sterben. Das nächste, was er seht, ich befehle meinen Jesus in deiner hängen. Anze sind dem jüngt und mehlich, dass Jesus sterben können. Aber danach passiert gerade was er hier sei. Gott re Jesus geif sein Leben ab. Als er um tritt hängt, er noch nicht in Sinder geworden wie uns, dann kann er nicht sterben. Als er in Sinder geworden wie uns, dann kann er sterben. Aber dann er noch , dass Gott die Alm hat über alle in Krakis der Schrift sei, er gebt meinen Jes ab. Dort darf klar und verstehen dort Jesus sei klar, er hat die Macht über Leben geben und über Leben nehmen, kein anderer Mensch. Und er hat die Macht über sein Leben abgeben, als er ist ein Sinn da wie und er tritt nehmen und sie abstimmen. Das ist wer Jesus ist. Der Heilige ist verbunden mit Jesus ihn abwecken. Die Heilige ist wie ein Fehler steht verbunden. Die Engel wird verbunden. In Versaß es wie Matthäus leset, dass er ist abgestoßen und so aus er seht. Dann dachten sie in Lukas Kapitel 24 Vers 8 dachten die Menschen einmal an sie was er gesagt hat. Und der Engel sieht und schaut wo er lehen hat. Nicht my dad. Der meint die wird nicht du abgestoßen. Wie eine Friedensbotschaft für die Engel. Die wird abgestoßen. Wie soll er Jesus selbst rät von sin abgestoßen meire mal. In Johannes Kapitel 2 9 41 hat er eine Erholung mit den Jüden. Der Jüde würde selber gehen an dem Tempel und der Jüde sagt er hör mal her diesen Tempel er wird der und war abgestoßen. Come on Jüde was heißt du hier? Der hat 46 johen die diesen Tempel nie mehr. Nie abgestoßen. Die hat 46 johen die Tempel nie mehr. Von Olden Testament wie die doel bräck. Von what rät Jesus du? Er merkt der klo in die 21 fär. Er red nicht von dem Tempel was er sagt der Material der Stein und all wurde abgeflieht wie er red von sin in die Arpa. Er sagt er wird sterben und drei die abgestoßen. Jesus sagt zero to die Jüde. Matthäus 12 Vers 40 brückt den Beispiel von Jonah. Er sagt Jonah drei die und fär. So wird die Menschen sehen. Drei die die sind und die anderen wird. Und die wurde abgestoßen. Dann jette in Johannes Kapitel auf und du sagst die ganze Stadt. Vier und wenn ich in Sassen wenn ich so färsch. Jesus seht da das früh Ich sie die die Doud abweckt und in das Leben gebt. Wer an mich gleift wird leben wenn er auch stirbt. Wer lebt und an mich gleift wird nie stirbt. Leist du dort. Hier als Lazarus gestorfen wird in Maria und die zwei werden mit Jesus mitschreiben und grof dann können sie nicht glauben was Jesus sieht. Und Jesus sagt ein von die Früh ist hier wenn wir 24 lesen sagt Martha seht am ich weik dass sie am jängsten Tag abstohen wird wenn die Doud abstohen Jesus sagt er ich sie die die Doud abweckt und das Leben gebt. Ich sie die 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 me können was das geben kann kein andere wer on me gläuft wird leben wann er stof sagt er sagt er die die menschen die waren sind stof never even wenn die die lege bleft und die seilen jes du ryt jät dann leeft die mens er mörktet hier klop er sagt jes seht er sie die die doud abweckt und dort leben geft wer an mig gläuft wird leben wann er auch stof und wer leeft und an mig gläuft wird nie mal sterben bleibst du da Marta we met in so what what geft it all jes seht er lazaros der schlapp los das was die bibel na war menschen die schlappen bloß der stof nicht jesus hat eben gesagt dort hei wud abstehen jesus hat bis belz gebrockt dort hei wud abstehen und als die die stof wir sind ein kreft die schriftgelehrer die phariseer die wo sie sagen jesus würde der hat er mal in sache gemerkt dass das jesus wird nicht weich stof war wenn jesus hat gerät von die pharisee und die schriftgelehrer die hörde die hier reich reich wenn sie hat sich gefeiert mit jesus so die jesus würde jesus in den körper stellen die würde ihn verstecken und dann würde sie noch nicht rater les fatales null gekommen als die pharisee und schriftgelehrer so so stelle die soldaten haben dem sache merken dort nicht wird passieren die schriftgelehrer die soldaten werden nicht von dort als die die engel rauf kommen die soldaten werden beschwimmt die werden nicht sein und wenn die tausse kommen dann kommen die drei nur die menschen die die feste die angestellt und die strach werden dort mehr wo die strach werden soldaten wenn die nicht seine arbeit teilt so der hier die schriftgelehrer die pharisee die räumer die waren alles zu schrieben von er gesatzen er reichte und seht die soldaten hier was die altere haben die berät die seht dort nicht nach heuer ist es ist es ist es eine große les was viele menschen von da bleiben wenn wir weiss das erste noch früh ist ich weiß nicht wie vielleicht was wenn du wäre die wird besorgt das wird was ist das wird besorgt was Jesus wenn wir du sind wenn das passiert dann kann Jesus sich bewiesen eine Anwendung viele von uns sind jesslich mautlos wenn wir sind niemals du wenn er brücken will wenn wir jesslich doel sind als wahre borde menschen mautlos sind dann kann er nicht brücken wenn wir das never tun wenn er brücken will von dem was anbetiert sind er will er betue bringen dort er betiere selten zum Schluss dreie danke wo ich ans well mit gön laute für die wot ware borde sind wir habe vergie von von sin von die wir sind wir können er nicht den dach wo wir jesus an am kregen und an kregen was jesus am kregen nicht was was passiert alle was aber dort will ich nicht nicht sein so lange ich nicht glaube ich nicht die vergie an was wir haben die vergie wir als freie Menschen von der Vergangenheit wenn Jesus haben sie alle vergie Das zweite Ding, das wir als wahrergebilde Menschen haben, wir haben die Gemeinschaft mit Jesus, das wir noch niemals gehört haben. Wir können all das weiter mit dem Gebet. Wir können unseren Vater überwählen, dass wir 100 Mal Gebet haben. Wenn wir nicht diesen Jesus aufgenommen haben, das haben wir aber umkreuzt, dass wir nicht mehr verbiegen sind, dann weiß ich, wenn wir ein Hammergleich, worum ich meine, werde ich die Gemeinschaft haben mit Jesus. Nur am Reden kennen, aus dem Rater, aus dem Freund, aus dem König. So eine Gemeinschaft haben wahrergeborene Menschen. Dreddens, wir haben Glauben in der Taukunde. Wir sind überzeugt, dass die Dach kommt, wir werden sterben. Die Bibel zeigt uns dort. Aber nicht mal bloß dort. Wir sind überzeugt, wenn die Dach kommt, dort reichen du, wir haben ein wahrergeborees, den letzten Odem, das ist ein Charme-Rut-Püste, dann wird die Bibel dort nennen. Und ich will Ihnen hier kurz verfolgen, was das Wort dort meint. Das Wort dort meint in Eindeil, Tränung. Für die wahrergeborene Menschen, wenn die den letzten Odem püste, diesen Charme, dann trankt die Seile in Jesich von den Charme. Die Charme blieft liegen, die Jes in die Seile, die vore, wo Jesus ist. Und dann war die Jes in die Seile, wo die Bibel Jes in die Seile, ein Eind genannt wird, sind du bei Jesus, bei der Dach kommt, wo die Gleibge war abstehen. Und dann können wir die Jes treten, wenn wir die Charme legen, dort verweeslich, wo die Gleibge war abstehen, 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 wo Paulus von der Rede der. Das Wort leertet, für die beteide Menschen. Und das Wort die Dach meint. Die Seile, die Jes, die trahnen sich von diesen verweeslichen Charme. Dann redet er noch von einem zweiten Dach. Auf dem Baarung redet sehr klar von einem zweiten Dach. In diesem zweiten Dach, als die Trenung, wo die Jes und die Seile sich von diesen Charme trahnen, wird dann vorzog, für immer und ewig getrennt sind von Gott. Das ist das ganz weiße Ding. Solange sie in dieser Welt sind, haben die noch die Gelegenheit. Aber wenn die Stoffe ohne Jesus, für die die Dach ist, die Jäste in der Seil, die trahnen sich für immer und ewig von Gott. Was Gott auf ihr sagt, wenn die Dach nicht angenommen haben, wird Jesus für einen Dach. So die Frau, das würde ich euch mal lachen, wel. Sind deine Sünde verjift? Hast du die Menschheit mit Gott? Hast du einen Glauben, dass Jesus die einen Dach wird für seine Sünde präsentieren? Oder twiwelst du noch? Jakobus, da haben wir noch twiweln, und twiweln brauchen noch sehr lange. Dich wird überzeugt sind. Dort sind Dich, die wird überkommen. Ich muss ganz gut gesehen werden, wenn wir uns noch beten. Ich habe näher zum Beten. Vor den Himmel, die danken, die dort dein Sehen abgestoßen ist, und dort durch die Auferstehung sind uns, oder durch den Dautumschritt sind uns die Sünde verjift worden, und durch die Auferstehung erst dort vorig gemerkt worden, gestampelt. Der Erahrungsplan ist ganz vorig. Die Vergebung ist durch, und die Auferstehung ist durch. Dankeschön, Jesus. Für von dem, wo wir uns erinnern, wo du abgestoßen bist. Dort hat Grau Flade, und dort die Tränen im Himmel hier vorne bist, und du dachtest, und du wirst drehen kommen. Die Bibel sagt uns, dann wirst du nicht drehen kommen, aus dem Kind, dem Rade, dann wirst du drehen kommen, aus dem König, dem Rächter. Und wir wissen, was passiert, wenn du in den Wüttel sagst. Dort. Möchst du, Herr Jesus, uns heute anreden, wenn hier jemand ist, von dir aus dem Morgens, was diesen Jesus noch nicht auf die Hand geliebt. Was ich nachher nicht überzeugt ist, auf den der Auferstehung wird verredicht sein, oder getrennt sein von dir. Möchst du von dem, mit deinen Hellen, Jesus, die neu sein, die überzeugen, dass ich nicht diesen Tag durchgehe, ohne dort überzeugt sein, wenn wir heute, wie morgen noch leben. Wir danken dir für die Wüttel, wir danken dir für diese Zeit. In Jesu Namen. Amen. Wenn ihr irgendjens Fragen habt, über das Programm, dann schreibt uns, ab unseren E-Mail schreien, r2-091-gmail.com oder ab in WhatsApp Nummer 591-770-60001-01. Ich wünsche euch und alle einen guten Weg. Gottes Rücken Segen mit Ihnen.